hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich bin der klembau stefan und heute sind wir hier im kleinen helden lädchen es gibt wieder ein update was wir alles neues bekommen haben oder was wir wieder bekommen haben und ich fange mal ganz klein an und dann kommen wir groß raus was haltet ihr davon und zwar eine serie hat es mir angetan dies nicht mehr lange geben wird und von daher gibt es von mir den tipp an euch wer da noch mal von lots mini 30 prozent kleinere steine nicht kompatibel zu der standard größe die ihr schon kennt und wahrscheinlich jeder schon mal gebaut habt die gibt es hier nicht mehr lange bei blubricks und somit wäre das hier die letzte chance da noch mal 12 sets zu bauen oder zu probieren ich habe jetzt zum einen dieses halloween set super kracher also ich finde es sehr sehr detailliert 783 teile super set jetzt passend zu halloween natürlich auch und da ich davon nicht mehr viele habe und wie sind es mir da fast die reserve schon ausgeht also bis halloween wird es auf jeden fall nicht reichen aber ich habe noch weitere modelle gefunden die ich ebenfalls sehr sehr gut finde die allerdings jetzt nicht passend zu halloween sind von daher wäre noch mal lots mini bauen möchte der sollte sich anhalten wir haben jeweils hier die vier sets das ist auch ein zimmer einmal hier was haben wir da das wohnzimmer machen wir da sind immer so um die 500 teile kostenpunkt 15 euro hier pro zimmer das wäre das kinderzimmer für die mädels dann haben wir hier hupsi habe ich zweimal das gleiche set geholt natürlich haben wir auch noch die küche die hätte jetzt gefehlt und als viertes dann hier ein großartiges set das ist so mein absoluter favorit favorit die ente im badezimmer und da sind jede menge enten drin versteckt doch nicht nur enden sondern auch kätzchen und somit macht das hier ist das mein favorit ganz klar aus der serie ist eine super lustige sache wenn noch nie kleinere steine gebaut hat der kann lots minima ausprobieren wer die ganz kleinen diamonds und jacker steine nicht mag kann ich gut nachvollziehen komme ich auch nicht mehr zurecht mit normal großen händen flitzt mir da immer alles über den schreibtisch und ich komme weniger zum bauen als zum suchen so dann hatte ich hier noch ein paar sachen bekommen die wollte ich euch kurz zeigen mit aber einer weiteren info und zwar hier star trek programm da haben wir einiges bekommen blubricks lieferung hat es wieder gut gemeint wir haben ein bisschen was da allerdings gibt es von den sets sehr sehr viel verschiedene ihr könnt ja mal auf der blubrick seite schauen unter der rubrik star trek was die alles für verschiedene maßstäbe raumschiffe größen alles mögliche haben ich glaube ich könnte hiermit weiß ich nicht nur dem star trek thema zwei regale komplett zimmern und zu zimmern und wir hätten jedes set nur einmal da von daher star trek sets am besten auf bestellung bei uns abholen das ist kein problem dafür schreibt er uns einfach nur kurze e mail an die laden e mail adresse und dann bestelle ich euch das dann kriegt ihr nämlich genau die passende größe genau das raumschiff was sein soll ob es jetzt eine nx 01 in silber ist oder die normale version mit den vielen bedruckten teilen oder die feind oder 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 ich kann es euch bestellen gar kein problem doch was wir heute da haben war zum einen hier die versilberte nx 01 die wir eben gesehen haben dann haben wir hier noch eine mittelgroße die feind ich glaube die gibt es dann auch noch mal eine nummer kleiner dann haben wir hier eine ncc 1701 das müsste ja so die klassische enterprise sein die gibt es ja dann auch noch mal in groß und ebenfalls noch mal in klein und dabei bin ich ja nicht mal ein star trek fan das habt ihr mittlerweile jetzt hier alles schön hinbekommen dass ich mich im star trek universum so langsam auskenne immer noch nicht vergleichbar mit meinen star wars kenntnissen aber ich hole langsam auf hier haben wir einmal ein shuttle das gab es ja auch schon mal in groß runabout shuttle hieß es da glaubt und ein weiterer borg cube den finde ich ganz spannend bin mal gespannt wenn thomas den baut wieder konstruiert ist dass das alles so passend ist und von der größe her zusammenhält gab es ja auch schon mal in der nummer kleiner wenn ich mich nicht irre um die 40 euro das hier sieht jetzt teurer aus zumindest ist der ist der karton größer geworden reise könnte einfach auf der blubik seite nachschauen da sind wir nicht weit von entfernt so lotz mini hatten wir wir hatten blubik star trek jetzt kommen wir zu den blubik special sets da habe ich nämlich auch wieder ein bisschen was da ein bisschen bekommen fangen wir mal hier an ein französisches hoch leistungs hochgeschwindigkeits taxi taxi keine ahnung warum ich das jetzt zweimal gesagt habe wer weiß das schon dann haben wir hier einen erbsen grünen englischen kleinen flitzer der war sehr sehr beliebt da habe ich extra dreifache stückzahlen von genommen dass ich euch alle glücklich mitbekommen für jeden der hier gern so einen hübschen erbsen grünen mini ähnlichen englischen kompaktwagen hätte so kompaktwagen passt ja schon mal ganz gut den habe ich nämlich noch in einer anderen farbe aus einem anderen land und mit ohne dach hier haben wir eine 2 in 1 variante ebenfalls ein blubik special ist jetzt ein ganz neues set gerade erst erschienen hier haben wir es schon mit im laden natürlich könnt ihr dann immer nur eine version aufbauen nicht cabrio und normal ist im dach mit drin und das könnte entweder mit draufsetzen oder ihr lasst halt ab bei schönem wetter so wie heute und mein letztes auto aus der serie bis hier das u-boot auto den alten james bond fahrzeug zum verwechseln ihr wisst was ich meine so dann sehe ich hier gerade habe ich noch ein kleines raumschiff übersehen was haben wir denn da das ist ein ferengi de cora marauder habe ich auch noch da und wieder was dazugelernt waren es nicht die händler mit den komischen großen ohren ihr seht habt noch ein bisschen potenzial zur verbesserung so wo mache ich jetzt weiter habe eine idee ich habe ja schon hier ein lebkuchenmännchen gezeigt und der ein oder andere hatte sich beschwert dass es dafür noch ein bisschen zu früh ist wir haben jetzt mitte oktober von daher halte ich hier ganz kurz mal zwei gingerbread häuser einfach nur in die kamera und eine weihnachtsbäckerei hier nur damit das immer gesehen habt und für alle die sagen wenn stefan da draußen scheint die sonne ist noch viel zu warm und der kommt hier mit weihnachtsset keine angst ich habe auch wieder neue blumensträuße bekommen den grün hier so frühlingshaft oder hier richtung herbst dann hier den roten habe von beiden wieder einen riesen schwung bekommen natürlich auch noch die einzelblumen von letzter woche die sind sehr sehr gut angekommen thomas hat mir den ganzen laden hier leer verkauft und falls er die einzelblumen von mold king noch nicht kennt dann schaut ihr mal in dem video von vorletzter woche nach da habe ich sie mit einmal gefilmt und einzeln vorgestellt so jetzt gucke ich noch halt hab was vergessen eine kleinigkeit habe ich noch vergessen und zwar dinosaurier eier die waren lange zeit bei uns vergriffen jetzt haben wir sind wieder da und zwar einmal in blau weiß als in dominorex und in braun als triceratops die sind jeweils mit dem wackelkopf ausgestattet haben eine kleine feder am genick und können dann entweder nicken oder das verneinen je nachdem wie ihr sie anschubst fand ich ganz süß die kollegen zehn euro kosten sind pro stück und die zwei sorten habe ich jetzt wieder da so jetzt gucke ich aber dass ich noch die letzten lücken hier im laden gefüllt bekommen dass ich das lager noch ein bisschen aufräume damit ich dann ab heute zehn uhr wir haben ja schon donnerstag für euch da bin ich freue mich auf jeden fall aber tschuldigung freitag ladenöffnung ist ja aktuell freitags und samstags tschuldigung mein fehler das video kommt donnerstags raus und freitags ist die ladenöffnung so jetzt habe ich es aber entschuldigt bitte die verwirrung jetzt räume ich noch ein bisschen auf mach klar schiff und freue mich dann über euren besuch wünsche euch bis dahin viel spaß beim bauen habt eine großartige zeit euer klemmbau stefan ciao